Ist das so ein Problem? Sie riechen ein bisschen aus dem Mund. Rido, zieh den Arsch. Haben Sie heute Abend schon was vor? Ja. Kommt drauf an, wie schnell würden Sie den Gewerbeantrag dann bearbeiten? Ach klar, zwei, ich bin nicht unsere Bitche. Nein, ich bin nicht die Bitche. Dann können wir über eine Woche reden. Oh, Cookie fürs Team. Cookie, komm. Jetzt ist es im Ernste, komm Cookie. Gefällt Ihnen jemand anders hier aus dem Rhein? Nein, ich möchte den Herrn mit dieser hübschen Pflicht. Okay, ich guck mal. Das steht auf meiner Liste.